Was ist so ein Negerschein und tut das nirgern? Das kann ja wohl nicht sein, so nirgern wie der, der wird auf dem Platz sein. Und was ist so ein nirgern auf dich, nirgern. Und du weißt nicht immer nirg, was jetzt zu tun ist. Und du weißt es genau, dass du nicht nirgst bist. Du hast dich einfach vor ihnen gestellt. Hast du so nirgern, so noch die frische Lücke, und an deine Fakze, die konntest du nicht länger anschauen. Du weißt nicht immer noch, ob das Nasen war ein Scheißegal. Das war ja nur ein Negerschein. Du weißt nicht immer mehr, ob das Nasen war. Und sodest du nicht weitergehen. Ja,nein Ere achten sie länger anschauen. Ich hab's da, was du einfach gar gesehen und so konntest. Ich hab's oval überhaupt nicht verstehen. Hast ur IKEA nicht mal bewegt, dich arm Principle zum Start. Du weißt nichtis, was jetzt zu tun ist. Du weißt es genau – dass du imәcht bist. Du hast mich jetzt einfach vor ihnen gestellt. Und dann. Hast du so jemand mal auf die Fresse gehauen, deine Fresse, wie konntest du dich länger anschauen? Was ist meine Frau an und das ist klar, es ist mein Scheißegal, wir feiern nur ein paar Jahre schreien. Heute hab ich dich auf der Straße gesehen, noch zu langsamer, wenn ich dich ja nicht so verstehe, dass mein Pixel mit dir nicht verhältst du dich an. Tut mir leid, wir sind so weit einfach dran. Ich wollte dich auf den, du hast uns gut geholfen, was ich wollte, das war mir gar nicht klar. Ich hab mich jetzt mal vor euch jetzt geschwäst. Und dann! Hab ich dir mit dir deine Fresse, und die anderen hab ich noch vorgemacht. Und da mir dein Körper, ich denke, es ist mein, ey, ich mach's an ihn halt scheißegal, wenn du so ein Nazi schwein, scheißegal, wenn du so ein Nazi scheißegal, du bist auch nur ein Nazi schwein, scheißegal, wenn du so ein Nazi schwein.